hallo herzlich willkommen in meiner firma schlosserei oldorf ich möchte jetzt mal folgendes erklären ein schraub scheren wechselstift das ist so ein halber stift dieser hier dazu eine mutter und wenn man diese mutter runter dreht dann ist es so denn dass er sich hier praktisch in die schere bewegen und dadurch kann man das dann in einem schloss sagt man hier also ein und raus setzen so ist er jetzt drin also schräg und wenn ich den denn hier verdrehen das ist die andere seite dann ist der fest und kann hier nicht mehr raus so sieht das ganze aus das ganze wird dann hier mit seiner mutter befestigt die hier nachher drauf kommt aber das gerade ist und dann kommt dann noch eine kleine schraube rein der lässt sich manchmal ganz schlecht lösen und dass er hier wieder ausgeht hier hinten ich habe da was besseres als alternative das ist so ein wechselstift hier der ist hier vorne wohl und er hat hier so einen kleinen pin dran der ist also besser viel besser in der handhabung ich stecke hier ganz einfach rein das war's schon da steckt hier drin so und jetzt ist es so da kommt so kleiner immer schlüssel den steckt man dann da rein und jetzt dreht man einfach mal eben so und dann verändert der sich hier so oder verändert er sich hier und der zieht sich fest das licht ist wahrscheinlich zu hell jetzt wieder daran drehe dann geht er in die andere richtung und ich kann hier raus ziehen ich sage das noch mal hier so stecke ich einfach nur hier im schlüssel rein drehen und dann kann man schon sehen wie er sich hier bewegt das ist retour und jetzt gleich wieder in andere richtung da kommt er raus das ist alles und dann hängt er schon fest und die montage ist dann praktisch ganz einfach das ist mein klingeln das mal ein bisschen wieder zurück so den stecken praktisch jetzt hier einfach durch mir ist das nicht wenn man andersrum muss noch besser sehen wenn man dann noch schlecht ist nicht mal ein bisschen weg und dann noch ein bisschen ran richtung so sieht man das besser und dann drehe ich hier einfach und der zieht sich von alleine fest das war es schon und er ist fest und jetzt auch richtig fest ja wenn ich wieder lösen bin nämlich einfach wieder den im busschlüssel steckt ihn einfach wieder von anderen seite rein ich muss das kleine lochtecken treffen drehe ein bisschen und schon wieder wieder raus zusätzlich wieder rein genau das ist also eine alternative zu dem scheren wechselstift ganz einfach gezeigt und erklärt noch mal gucken ein bisschen hier auf die höhe kriegen ich muss ein bisschen spielen jetzt nehme ich den wieder steckt ihn einfach ein das war es jetzt drin das drin dann stecke ich hier den limbo rein im busschlüssel drehe einmal das war's der ist fest das sieht gar nichts mehr also den kann ich nur empfehlen das ist die einfachste und beste sache ich nutze sie eigentlich immer nur weil wir diesen ist das mal so eine sache da muss man den hier auseinander drehen und machen und tun das ist auch ein alter sieht man auch und manchmal dann hakelt der auswahl der nicht richtig fest sitzen treibt sich dass sie ab und er wird der griff rausgezogen und 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 bei dem durch diese haken der hier dran ist dieser hier und der hier herausgenommen wird kalt er sich dann noch mal richtig fest das ist mein wundersommer haben wir schon sehen hier kalt er sich richtig fest und ja da geht dann also nichts mehr der ist also richtig richtig schön fest so sieht das nämlich hier aus dass der haken der dagegen drückt einmal von dieser seite hier und hier sieht man die eben halt an der anderen seite so sieht das denn aus gut okay das war's von meiner seite aus und ja nur eine kleine erklärung mit dem halben wechselstifte und wie gesagt der hier mit der mutter mit dem imbo ist optimal und das funktioniert hervorragend das war's von meiner seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes projekt